42 Nein, verdammt! Diese beiden Arschlöcher können sich echt verpissen! Ralf saß im Audienzzimmer im Sessel vor einem lodernden Kaminfeuer. George hatte sich auf seinem Schoß zusammengerollt und ließ sich vom König seinen blonden Kopf kraulen. Dem Hund ging es inzwischen wieder deutlich besser, nachdem er offenbar versucht hatte, die gelben Fusseln eines Tennisballs zu fressen. Selbige gingen wohl nun ihren natürlichen Weg, wobei Sexton nicht nachgefragt hatte, was das nun genau bedeutete. Man konnte es sich ja denken. Ihr habt so eine ganz eigene Art, die Dinge auszudrücken. Mein Herr, meinte er grinsend und wandte sich dann wieder dem dicken alten Buch zu, das er behutsam aufgeschlagen und mit viel Bedacht studiert hatte. In diesem Fall stimme ich euch vollkommen zu. Peyton und Romina haben ein Recht darauf, ihr Leben selbst zu bestimmen. Und indem wir die Sache in diesem antiquierten Absatz überarbeiten, können wir dafür sorgen, dass eine Mitgift ohne Zustimmung der beiden zu Vermehlenden nicht bindend ist. Willst du den Termin absagen? Ralf hob den Kopf und mit seiner dunklen Panoramasonnenbrille wirkte seine Miene, als würde er die beiden Erzeuger am liebsten abknallen. Denn wenn sie hierher kommen, werden sie vielleicht nicht allzu erfreut über meine feinfühlige Erläuterung sein. Das eigene Kind zu verkaufen. Willst du mich verarschen? Gute Idee, mein Herr. Sexton machte sich eine entsprechende Notiz. Ich denke auch, es wäre am besten, wenn ich Ihnen am Telefon erkläre, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, Ihre Ziele zu erreichen. Denn sonst müssen wir womöglich den Reinigungsservice bestellen, um Ihre Überreste vom Teppich zu kratzen. Nicht wahr? Ralf lachte leise. Wir sind ein gutes Team, du und ich. Ich fühle mich von eurem Lob sehr geehrt und bin voll der Zustimmung. Sexton verneigte sich. Ich werde die Revision der alten Gesetze aufsetzen und sie in meine Online-Datenbank eingeben, so dass sie von heute Abend an Gültigkeit hat. Alles wird gut. Das war der letzte Punkt auf unserer Liste. Richtig? Ja, mein Herr. Sexton warf einen Blick auf den Hund. Aber George, keine Tennisbälle mehr. Okay? Ja, das lassen wir schön bleiben. Nicht wahr, mein Großer? Während der Golden Red River einen Seufzer von sich gab, sammelte Sexton seine Papiere ein, verließ seinen Schreibtisch und verabschiedete sich. Auf dem Weg nach draußen nickte er Blay zu, der an der Tür wache gestanden hatte. Ich glaube, die beiden sollten dringend nach Hause, flüsterte er. Ralf ist ganz schön erschöpft von all der Sorge um sein zweites Kind. Und ich denke, wir haben alle einen Riesenschiss davor, dass diesem Hund was zustoßen könnte. Dass diesem Hund was zustoßen könnte. Sie nickten sich lächelnd zu. Dann ging Blay ins Audienzzimmer, um den Transport zu organisieren. Und Sexton kehrte in sein Büro zurück. Die Versuchung, sofort nach Hause aufzubrechen, war beinahe überwältigend. Doch letztlich musste er seine Aufgaben fertig abwickeln. Es dauerte eine gute Stunde, bis er endlich so weit war. Und auf seinem Weg zur Tür rannte er beinahe zwei Doggen über den Haufen. Als er auf der vorderen Veranda des Farmhauses Gestalt angenommen hatte, öffnete er zuerst die Schnürsenkel seiner Schuhe, ehe er pfeifend eintrat. Der Geruch von Blut hing schwer in der Luft. Ruhn! Er ließ seine Aktentasche und seinen Thermobecher fallen. Ruhn! Während Blanke Panik in sämtliche seiner Nervenenden schoss, rannte er in den Salon. Möbel waren umgeworfen worden. Eine Lampe war zerbrochen. Teppiche in die Ecke zusammengeschoben. Ruhn! brüllte er. Kein Geräusch, kein Stöhnen, kein Seufzen. Doch das Blut war kein menschliches. Sexton machte kehrt und rannte in die Küche. Die Blutlache breitete sich bis zum Tisch aus, sodass er beinahe darin ausgeglitten wäre. Oh, Jungfrau, nein! Ruhn lag beuchlings auf dem Boden. Blut! Überall! Ruhn! Mein Liebster! Sexton ließ sich neben ihm auf die Knie fallen. Sein Magen revoltierte dermaßen, dass er sich beinahe übergeben hätte. Doch er weigerte sich dem Drang nachzugeben und berührte stattdessen Runes Schulter und Rücken. Ruhn! Liebe Güte! Bitte sei nicht tot! Mit zitternden Händen und schwachen Armen rollte er den Vampir vorsichtig auf den Rücken. Was er dann sah, war wie ein Albtraum. Ruhns Kehle war durchgeschnitten. Der Blick starr und er schien nicht zu atmen. Sexton brüllte in das leere Haus rein. Dann schrie er in neuer Panik auf, als ihm klar wurde, auf was Ruhn gelegen hatte. Der sterbende Vampir hatte Sextons Kaschmiermantel von der Stuhllehne gezogen und an sich gedrückt, als würde er Trost aus ihrer Liebe ziehen. Bitte sei nicht tot! Wach auf! Bitte! Wach auf! Auf! Z� allt